Da haben wir 25, 26, dann wird es ein bisschen mehr. Hier sind wir schon fast auf 30. Und hier beim Massivlaminat ist es dann okay. Also ich sag mal, das ist nicht trocken, aber das ist okay, irgendwie 15 bis 17. Und wenn wir jetzt hier weiter vorne das Ganze nochmal wiederholen, dann fängt es hier an. 25, 27, 28, 29. Also das ist, finde ich so, was wo man sagen kann, das hast du öfter mal bei älteren Schiffen. Das ist tolerabel. Okay, okay. Wir nehmen ein paar Ausschnitte, auch ein paar Ausschnitte, die wir vielleicht aus der gesamten Ausnot rausnehmen, weil wir sagen, repariert werden wir sowieso. Und das bringt man dann in ein Labor und die sollen dann mal was zu sagen. Also zum Beispiel zum Schaum und zur Verklebung. Oder man sagt, okay, aufgrund der Tatsache, dass das feucht ist und dass es vom Erfahrungsstand her so ist, dass der Verbund auch nicht besonders gut ist, macht man das so wie besprochen, aber ohne weiterführende große Analyse. Also ich denke, wenn du das nochmal im Labor gibst, so ein paar Materialproben, ja, so viel kostet es auch nicht. Man muss das richtige Labor finden. Ja gut, ich meine, letztendlich haben wir ja gesehen, was ist. Also ich meine, wie schätzt du das ein mit der Außenstabilität? Also du hast ja gerade nochmal geschabt da. Also außen ist es dann... Also es ist reduziert. Es ist ja immer noch eine Verbindung da, aber die ist eben nicht mehr auf 100%. Ja. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020